Wir sind in der Bill Clinton Library und wer sitzt im Präsidentenstuhl? Mrs. President. Die Präsidentin ist beschäftigt mit, ich weiß nicht was. Mrs. President. Präsident Brees eröffnet die Tagesordnung. Was haben wir heute auf dem Programm? Mrs. President. Aha, ich dachte, das bist du schon, du sitzt doch schon im richtigen Stuhl. Das ist der Kabinettssaal. Ein paar der Minister sind auch schon da.